und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde ghost in the shell first assault online complex was weiß ich nicht zusammen mit dem ollie im team deathmatch und er hat auch seine secret round gerade losgelassen setze ich einen drauf ich habe sogar jemand ausgeschaltet zwei zizi das ist kein witz nein das ist kein erfunden aber der heißt wirklich zizi der lügt doch das ist doch wieder die natur möchte jetzt nachfragen welche frauen du kennst aber wir sind noch nicht am ende der folge wir haben uns jetzt überlegt dass wir am ende jeder folge eine kleine after besprechung machen keine ahnung warum ich das halt lustig finde es könnte daran liegen dass es halt echt witzig ist die anderen trinken das heutzutage nicht sehr schön die gegner haben sich schon verpisst ich habe gedacht ich werde damit voll in der mode mit deiner arschmatte oder was ja ich trage die haare offen es wird halt echt also ok wir fangen einfach nur an also wir haben uns jetzt überlegt vor jeder folge ja genau vor jeder folge ach das hätten wir damit auch erlebt schaut auf jeden fall demnächst jedes video bis zum ende es wird sich lohnen ja so viel sei wenn du das schon witzig fandet dann wollt ich glaube ich gar nicht wissen was dann erst kommt wir können auch jedes mal so einen perversen witz vorlesen wenn wir es richtig professionalisieren ja ja ich bin zweimal gestorben und habe mich umgebracht ich habe schon jemanden umgebracht und ich habe dich gerecht mit 180 punkten wurde dann selber ermordet vermordet vermodet ja genau da bin ich auch gespawnt jetzt sind sie hinter mir alter ey was sind das denn für dreckswichser Und von jeder Seite kommen die, das ist... Suche-Kill, yeah, bitch. 3,4, M4. Und leider ist meine Suchadrone noch nicht bereit. Alter, zwei Zitzi, ey. Zwei Zitzi. Zwei Zitzi. Zwei Zitzi. Der soll mal seine Zwei Zitzis wieder einpacken, ey. Ja. Juvitis. Also ich muss schon mal ganz ehrlich sagen, ja, es gibt schon eine Horde an Menschen, die echt beschissene Nicknames hat. Ja, zum Beispiel The Oli N. Ach, halt doch, die Waffel. Jetzt messert der mich auch noch. Hixio. Alter, was sind das so für Japaner, ey. Jetzt aber ohne Scheiße, der hat mich gerade gemessert, ich bin gespawnt. Er ist auf mich zugestürmt, schon wieder mit einem Messer in der Hand. Alter. Was ist das für ein Spiel? Printabschaltung. Ich finde es geil, dass wir eigentlich normalerweise immer so Sonntagnachmittag aufnehmen, ja. Ja. Wo halt, die ganzen Pros sich verpissen können. Ach, Doppelkin. Und jetzt ist mal Samstagabend und dann passiert sowas. Ja, Samstagabend ist Katastrophe, ey. Echt katastrophal. Hey, wo bist du? Der zwei Zinzi müsste ja auch mal sterben, meiner Meinung nach. Dürfte von mir aus auch. Er könnte ja auch mal echt... Meine Erlaubnis hatte. Was ich dem auch auf jeden Fall attestieren würde und unterschreiben würde, was er machen soll, ist richtig dick scheißen gehen, ey. Dick scheißen? Ja, richtig dick scheißen, ey. So einen richtigen Doppel-Dong aus Kacken. So einen zweiköpfigen Drachen-Dong. Dopp, 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 Dopp. Haha. Spast. Hey, Herr Baron, ich bin hinter Ihnen. Hi. Ich habe meine Schrotflinte. Ich bin tot. Die sind am Spawn. Die sind am Spawn. Die kommen von hinten. Pass auf, dass sie dir nicht zu nahe kommen. Ja, zwei Zinzi hat mich erledigt. Zwei Zinzi. Zwei Zinzi, dieser Lappen. Zwei Zinzi. Ey, du weißt ja, auf welchen Kommentar ich mich am meisten freue. Der heißt doch Zwei Zinzi. Ja, ey. Like da. Na und? Zwei Zinzi klingt viel lustig. Richtig. Jabito Esel, ja? Hat mich gerade umgebracht. Ich meine, Esel steht wahrscheinlich für ESL, aber... Ich bitte dich. Jabito Esel. Ist das Aroganz Ziegengefickminister oder was? Was? Der treibt es mit allem. Ob Ziegen, Esel, egal. Hauptsache es hat ein Fell. Also auch mit meinem Arsch. Mit der Arschmatte? Ja klar. Hat ja auch geschweißt. Ja, ich glaube ich muss mich später noch ergeben. Ja, da ist es schon zu spät dann. Ja, das stimmt. Der wittert Rasierer auf 1000 Meter Entfernung. Oh, ich habe Panthers umgebracht, den Wichser. Das finde ich gut. Ach, ist das ein schöner Spiel? Äh, ich bin heute irgendwie nicht auf der Höhe. Das erste, das erste Phantomangriff hat so schön funktioniert. Alter, die ganze Horde, ey. Der Jabito Esel, ey. Der alte Kackspast. Zwei Zizi, ey. Du gehst mir echt ganz schön auf den Sack. Zwei Zizi. Du hast es spürt. Deine oder gegnerische? Ne, ich habe eine gegnerische Suche zu spät. Aber bin dann trotzdem am Suche gestorben. Was immer das Beste ist. Ah, endlich mal ein anständiger Kill. Was ist der ESL Jakob jetzt, ey? Jakobus. Der Jakobi. Wir singen, ha, Pip. Nein, das tun wir nicht. Nein, nicht im Let's Play-Signal. Aber das macht man nicht. Was singen? Singen tut man einfach nicht. Ne, außer du bist Gronkh. Richtig. Dann kannst du auch scheißen. Und die Leute gucken es an. Das musst du mir mal vorschlagen, ey. Mach doch mal Let's Shit. Let's Shite. Ja, Shite. Let's Shite. Now, with English Subtitles. Wie würdest du den Übersetzen? Ich frage ihn für einen Freund. Da wurde ich gemessen. Besucherkill. Ein Besucherkill? Machst du das öfter? Das war ein Doppelkill. Ich hab Churus im Virtual Shot getötet. Gut, die Seeker-Drones haben sich nicht für mich interessiert. Da hab ich jetzt gerade eben mal nichts dagegen gehabt. Die sind einfach an mir vorbeigezogen. Nö. Ich bleib jetzt hier. Passt nicht in mein Beutelschema. Passt mir denn ins... Alter, ich hab zwei Zitzi umgebracht. Mein Glückwunsch. Zwei Zitzi. Mit dem Angeber. Wir haben verloren und ich bin schuld. Dass wir verloren haben, bist du schuld? Nee, für den letzten... Für den letzten Tod bin ich schuld. Du bist das letzte Opfer. So. Ja. Ich bin trotzdem auf Platz 1, ihr Penner. Richtig. Ja, guck mal, da ist so ein Spast. Der hat Geld für Waffenskin ausgegeben hier. Ihr Trottel. Spast. Schau ihn dir an mit seinem Waffenskin. Alle lachen hier nur aus. Oh, ich schalte auf Level 10 auch irgendwas mit Waffenskin frei. Oder schalte ich dann Waffenskin frei? Echt? Ja. Ich hab noch gar keinen Waffenskin. Ich will auch einen Waffenskin. Also ich will keinen, weil sonst denken alle, ich hab mir den gekauft. Ja, dumm. Ja, wir sind am Ende der Folge. Richtig. Alle Uncoolen machen jetzt aus. Ja. Alle Coolen bleiben dran für... Ja, worüber red man denn heute? Also Arschmatte hatten wir schon. Arschmatte hatten wir schon. Wir hatten zwei Zitzi. Zwei Zitzi's. Ja. Masturbation hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Ja, eigentlich haben wir schon ziemlich viel verfeuert. Eigentlich haben wir jetzt gar nichts mehr übrig. Für euch. Für euch. Wir können noch ein paar Fickelwitze machen, aber das ist ja unter eurem Niveau. Schreibt ihr hier in die Kommentare. Du hast die Freischaltung einer Waffe abgeschlossen. Müsstens Arsenal wechseln und deine freigeschalteten Waffen ansehen. Ja, ansehen. Weil, ich muss sie ja ansehen, weil ausrüsten kann ich sie ja noch nicht. Weil ich sie ja erst kaufen muss. Weil dieses Spiel ein beschissenes Freischaltungssystem hat einfach. Ja, richtig. Und jetzt startet schon wieder die nächste Runde und ich wollte gerade eine freigeschaltete Waffe eingeben. Ja, da jetzt schon die nächste Folge anfängt. Kleiner, kleiner Hint, was wir als nächstes spielen. Wir sehen uns gleich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.